Ja, Textaufgaben, Sachaufgaben verstehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist immer ein Graus für die Leute. Dabei ist es ganz einfach. Wie? Na ja, ein bisschen mehr hinschreiben. Das gilt wieder mal. Lieber ein bisschen mehr schreiben, dann kann man es auch sehen. Wenn man was hinschreibt, kann man es auch sehen. Und noch eine Weisheit. Guck mal, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Schnelle eine Skizze machen von dem Sachverhalt. Auch das hilft beim Verstehen. Und plötzlich geht alles einfach. Solche Formeln, die kommen alle aus irgendwelchen Tabellensammlungen. Dann setzt man ein, Pi ist 3,14. Und diese anderen Werte, die hat man sich entsprechend hier hingeschrieben. Wenn sie nicht starr stehen, kann ich sie nicht sehen. Nicht alles im Kopf machen, Leute. Wozu haben wir denn die Finger zum Schreiben? Ist doch gar nicht so schlimm. Mein Gott. So, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. In der Zeit sind hier oben Links erschienen. Fahrt mit der Maus ins Video und guckt mal. Dann könnt ihr sehen, dass hier eine Liste erscheint, für die, die es ganz eilig haben. Und mittlerweile müssten dann zum Schluss auch hier Links erscheinen oder erschienen sein. Das heißt, zu den Playlists oder Videos, die die ganze Sache betrifft, die mache ich dann noch immer rein. So, na dann. Ausprobieren. Ran. Warum sollt ihr die Textaufgaben nicht auch verstehen? Dass es irgendwie ein Problem gibt, das wissen wir ja. Denn sonst würdet ihr ja nicht reingucken. Aber wie gesagt, alle haben es verstanden. Ihr versteht es auch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Denn man hat dann wirklich Spaß, wenn man was kann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.